Oh, ich hab jetzt gedacht, wir sehen ihn kaputt. Boah, Alter. Wie blind muss man sein? Von hier unten müssen wir es kaum schaffen, Gordon. Wir müssen ihn von innen besiegen. Was machen wir jetzt? Aua. Leck. Hey, lass uns hier raus. Wo sind wir raus, Gordon? Sie könnten helfen. Hey, da ist Freeman. Folgen wir ihm. Fantastisch. Schön. Fick die jungen mal wieder zusammen. Puh. Ich rede mit ihm. Mit den letzten freien Menschen. Ich möchte sie fragen, wie können Sie... Komm rein! Das ist noch die Seite von Unwissen und Verfall. Reden Sie sich nichts an, Dr. Fuhlmann. Sie haben eine wissenschaftliche Innovation begonnen. Sie suchen den Tod. Sie stürzen die Menschheit des Nichts. Selbst wenn sie sich jetzt ergeben, kann ich nicht garantieren, dass wir sogar das hin. Hm. So, wir machen jetzt diesen Zerstörer... Oder... Ne, Unterdrücker heißt es. Ich mach jetzt diesen Unterdrücker alle. Und dann können die mal schauen, wo die bleiben. Jetzt kommen aber, glaube ich, nicht mehr viele Abschnitte. Ich glaube, zwei oder drei kommen noch. Also zwei große. Okay. Wo ist denn die hier? Wo sind die Türme? Hm. Ich hole eine Granate rein, wenn du eine hast. Das sollte genügen. Ah. Ich mach das jetzt auf. Das stinkt nach Hinterhalt. Oha, Landungsschiffe. Sie kommen über das Dach. Wenn wir durch die Schilde wollen, müssen wir die Generatoren einzeln ausschalten. Da, nimm das Medikit. Ich bin verletzt. Oha, ich bin verletzt. So, ich brauch jetzt neue Granaten. Was haben wir hier noch? Noch eine Granaten. Sie kommen! So, weiter geht's. Wir müssen ganz nach oben irgendwie. Ach Gott. Wir müssen drei Generatoren ausschalten. Ja, hier ist der erste. Hier ist mit dem Graviton. Ja, da ist der Eli's Graviton. Versuch doch mal, ob du es vielleicht nicht gibt oder mit etwas durchschütteln kannst. Okay, nur noch zwei Generatoren. Oh Mann, Überwachung auf dem Dach. Genau da wollen wir hin. Wo ist es im Guinness? Da. Mann, da muss was Tolles drin sein, wenn es so verteidigt wird. Wo ist der Dock? Ich glaube, ihr müsst es ausschalten. Vorsichtig. Was ist das? Wir will gar nicht wissen, was es ist, um genau zu sein. Ich kann es auf jeden Fall... Nur so umgehen. Okay. Munition. Okay. 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 Okay, 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 okay. Schauen wir uns genau um. Hier können wir durch. Und dann sind wir hier wieder. Das heißt, hier können wir wieder rauf. Und hier rauf. Und hier rauf und hier rauf. So, von hier aus geht's dann hier drauf. Von da... Da hin. Und dann geht's hier hin. So. 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 Noch ein Generator übrig Den kriegen wir aber nicht hier Mal sagen, ich hab doch noch kommen, mein Gras So, wir machen alles alleine Weil auf unser Team kein Verlass ist Wo immer die jetzt auch grad schon wieder stecken Da ist der andere Generator Hm